geht nix tut das weh da geht gar nix warum bist du gar nix geht da nix kriegst du an nix kannst du machen das ist so ein Dreck ja am Montag bin ich verweigert worden das ist kein Notfall so eine Scheiße und dann hast du den Daumen noch gebrochen so ein Dreckzeug und dann wirst du noch im Krankenhaus weggeschickt aua so eine Scheiße alles Dreckzeug ja dann kriegst du noch kannst keinen Eisbeutel drauf tun gar nix ich weiß gar nicht mehr was ich machen soll hier hier alles dick aua ich kann nicht mehr ich krieg das nicht mal mehr ausgedrückt ich ich Und...